Herzlich willkommen zum magischen Podcast. Wir sind Dominik Fontes und Daniel Dück. Und heute haben wir eine Solo-Folge für dich. Also eine Folge, wo wir einfach mal zu zweit ein bisschen was quatschen wollen zu einem Hauptthema. Und ja, erstmal gucken, wann was dabei rumkommt, oder Daniel? Ja, sehe ich auch so. Wenn ich überlege, die letzten Tage und Wochen, das war ja schon eine interessante Zeit. Letzte Woche mit Rainer Mees im Interview. Wie hat es dir gefallen? Es war unfassbar krass. Also Rainer ist ja eine total sympathische Persönlichkeit, egal jetzt im Vorgespräch oder im Podcast selbst, wenn du es gehört hast und auch im Nachgespräch. Unfassbar sympathisch, aber vor allem, er hat auch wirklich was zu sagen. Es war auch total inspirierend. Deswegen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich bin definitiv auch eines Tages mal in seiner Ausbildung dabei. Also deswegen, Rainer, wenn du das hörst, erstens liebe Grüße und dann kannst du mich gerne schon mal mit auf die Liste setzen. Und ansonsten, ja, es hat einfach Spaß gemacht, oder Daniel? Es war ein super neuer Start der vierten Staffel jetzt hier vom Podcast. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also hat es richtig Spaß gemacht. Das war, und hoffentlich konntet ihr auch ein bisschen was aus dem Gespräch mit euch, mit euch, zu euch, mit euch nehmen für eure Zauberei. Und ja, auf jeden Fall. Und auf unserer neuen Webseite, mp-zauberei.com, haben wir für euch ja das ganze Interview auch noch mal ein bisschen zum Nachlesen vorbereitet. Also schaut gerne bei uns vorbei und genau, nehmt was mit. Vor allem, genau, unbedingt, weil vor allem, wenn du noch nicht auf der Webseite warst, wir haben dort auch ganz viele Blogartikel für dich geschrieben, wo wir ganz viel von unserem Wissen auch reingepackt haben. Also auf der einen Seite hast du wirklich die Podcast-Folgen als Textversion, sozusagen die Zusammenfassung als ein Blog und noch einen zweiten Blog, wo wir halt eben sozusagen unser Wissen direkt für dich, ja, mitgegeben haben. Lest dir das unbedingt mal durch, so, ja, was deine Meinung dazu ist. Vielleicht nimmst du ein bisschen was Inspiration dafür, dich mit. Unter mp-zauberei.com findest du es. Und ich denke, dass das auf jeden Fall etwas Cooles sein kann, weil wir haben wirklich anderthalb Jahre jetzt daran gearbeitet und es hat viel Kraft gekostet, aber es hat Spaß gemacht und wir hoffen sehr, dass das für dich einen Impact, irgendwas Vorurteilhaftes hat. Und vor allem auf der Webseite findet ihr ja auch alle Verlinkungen zu den verschiedenen Plattformen, wo wir sind, auf YouTube, auf iTunes und auch auf Spotify. 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 Ja, das Spotify, das war interessant. Dominik, berichte uns mehr davon. Spotify, was hat's damit auf sich? Ja, Spotify ist ja eigentlich mega, mega gut, aber der einzige Haken dabei ist, wir sind vor ein paar Monaten von einem Hoster zum anderen Hoster, also mit unserem Podcast gewechselt und Spotify wollte das nicht so ganz, dass wir das machen und dass wir mitwechseln und dann gab es uns zeitweise zweifach im Spotify-Podcast-Shop. Das hat natürlich auch was, ne? Zweimal auf Spotify gelistet. Ja, total. Einmal mit neuem Cover, einmal mit altem Cover und die alte Version wurde nicht geupdatet. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat leider nicht funktioniert, dass Spotify uns komplett neu updatet und dementsprechend sind vermutlich viele, viele hundert Follower von uns von Spotify verloren gegangen. Und dementsprechend, falls du auch dazu gehörst und dich vielleicht gewundert hast, warum der Podcast nicht bei dir mit angezeigt wurde, liegt es genau daran. Deswegen bitte ein neues Abo uns geben und dann erfährst du auch immer wieder alles vom Podcast. Und wenn ihr uns auf Spotify hört, dann habt ihr uns ja wahrscheinlich auch schon abonniert. Ansonsten schaut da gerne vorbei und wenn ihr das über die anderen Plattformen, YouTube, iTunes, wo auch immer hört, dann Amazon Music, Deezer, wo wir nicht alles sind, dann schaut auch gerne nochmal vorbei, dass ihr den magischen Podcast auch auf Spotify abonniert habt. Dann bleibt ihr auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand, denn jetzt sollte sich auch nichts weiter ändern. Es kommt kein dritter magischer Podcast oder vierter oder fünfter hinzu. Obwohl, wäre vielleicht auch ein gutes Projekt, oder? Ja. Gut, aber komm, lass jetzt einmal zum Thema der heutigen Folge einstarten oder starten. Wir haben das Thema Zauberumfeld. Das Zauberumfeld. Dominik, was bedeutet für dich Zauberumfeld? Zauberumfeld. Für mich bedeutet das die Leute, die an der Zauberkunst interessiert sind, die diese Flamme der Zauberkunst in sich tragen. Und es ist egal, ob das jetzt Leute sind, die irgendwie selbst auf die Bühne gehen oder die Zauberkunst leben oder ob es Leute sind, die vielleicht einfach für die Zauberkunst brennen und uns buchen. Also die Leute, die irgendwie eine Liebe zur Zauberei haben, das ist für mich das Zauberumfeld. Natürlich das krasseste Umfeld sind jetzt die Leute, die wie wir einfach oder du als Zuhörerinnen und Zuhörer so richtig Bock drauf hast und dich entsprechend fortbildest, auf die Bühne gehst, anderen diese schöne Kunst nach draußen bringst. Aber eigentlich sind es alle, die irgendwie ja was damit zu tun haben. Also im Endeffekt trifft es ja den magischen Podcast ziemlich genau auf den Punkt, wenn ich überlege von 2016 bis 2020, die ganzen Folgen, die wir aufgenommen haben, natürlich mit dem Fokus auf Zauberkünstler, Zauberkünstlerinnen, aber auch über alle andere Bereiche. Wir haben ja versucht, über den Tellerrand der Zauberei zu schauen, mit Schauspielern und Speakern und Autoren zu sprechen, was ja alles irgendwie ja auch mit der Zauberei zu tun hat, mehr oder weniger. Ich meine, wenn wir uns die Zauberkunst an sich anschauen, wir sind ja nicht nur Zauberkünstler, wir sind ja noch Schauspieler, dann sind wir noch Regisseur von unserer eigenen Show, dann müssen wir das Ganze irgendwie noch skripten, dann beschäftigen wir uns noch so mit Musik zu der Show, dann machen wir noch Licht und Ton, dann machen wir ja alles Mögliche. Und das Wichtige hierbei ist, in unseren Augen, dass wir einfach Leute in unserem Umfeld haben, im Idealfall auch wirklich in unserem näheren Umfeld, die ähnlich ticken wie wir, also die im Idealfall zum Beispiel die Zauberkunst ebenfalls sehr motiviert ausüben, die aber auch vielleicht Regisseure sind und uns da ein bisschen was inspirieren können, wir sie gegenseitig mit unserer Kunst inspirieren. Auf der anderen Seite, wie du, Daniel, das gerade meintest, aber auch Schauspieler da haben, also sozusagen ein Umfeld, ein Netzwerk an Menschen, die halt eben wirklich genau diesen gleichen Spirit leben. Und wir wollen euch in der heutigen Folge ganz großen Einpunkt, in der heutigen Folge dazu inspirieren, also für die einen, die haben vielleicht dieses Umfeld schon, für die einfach sagen, ey, mega genial, weil genau das ist es, was man braucht. Und für die, die es noch nicht haben, wollen wir ein paar Impulse mitgeben, wie ihr so ein Zauberumfeld euch aufbauen könnt und warum das so wichtig ist. Und vor allem Zauberumfeld, nicht nur Zauberkünstler, das ist nochmal wichtig hervorzuheben. Es kann auch natürlich sein, dass euer Umfeld an sich, sei es jetzt irgendwelche Handwerker oder andere Künstler oder so um euch herum sind, die euch aber auch, wo ihr euch auch gegenseitig unterstützen könnt und auch das quasi euer Zauberumfeld ist. Definitiv. Wie sieht es denn bei dir aus, Daniel? Hast du irgendeine coole Story zum Thema Zauberumfeld? Ja, also durchaus. Also ich bin ja im Ortszirkel in Bielefeld, vom Magischen Zirkel von Deutschland im Ortszirkel Bielefeld und wir haben vor ein paar Wochen, haben wir eine Zaubergala organisiert, zusammen mit dem Zirkel und das war wieder mal eine richtig, richtig coole Erfahrung. Mit all den Leuten drumherum, mit denen wir das organisiert haben, mit allen Leuten aus dem Zirkel, das war unglaublich. Sei es jetzt. Die Leute, die auf der Bühne gestanden sind, aber auch vor allem die Leute im Hintergrund. Sei es jetzt, die sich ums Schminken gekümmert haben, die Stagehands, die Musik gemacht haben. Lieben Gruß nochmal an Daniel Kolodzajski und Marcel Seidler. Was ihr da an Technik aufgefahren habt, hat mich immer noch geflasht. Also ich bin absolut begeistert und natürlich auch alle Zauberer, die vor der Show, während der Show in den Pausen gezaubert haben, nach der Show. Also das war rundherum ein gelungener Abend und dafür, dass wir überlegen, dass wir ein paar Wochen zuvor Schwierigkeiten hatten, die Karten zu verkaufen und dann der Saal tatsächlich an dem Abend rappelvoll war. Unglaublich. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und deswegen seid ihr alle vom Magischen Zirkel Bielefeld, vom Ortszirkel Bielefeld seid gegrüßt. Und das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ich habe vor allem auch mehrere Bilder von euch da gesehen. Ich glaube, auf Insta war das. Das sah einfach mega cool aus. Also das ist halt eben genau dieses Zauberumfeld, weil die Leute, die halt eben den gleichen Spirit leben, die bauen sich sowas gemeinsam auf, so eine Show. Die haben einfach Spaß daran. Und das ist auch schon Punkt eins, den wir auf jeden Fall mitgeben wollen. Thema Magischer Zirkel, Thema von mir aus auch, darauf kommen wir jetzt gleich noch zu sprechen, Jugendworkshops. Wenn du zwischen 14 und 28 Jahren bist und noch nie irgendwas von Ida Oberstein oder Meißen oder in Österreich den Zauberworkshop oder in der Schweiz oder sowas mitbekommen hast, dann musst du einfach mal gucken, was das ist. Google es und geh da hin, weil das ist magisch. Da haben wir uns auch kennengelernt. Ja, in Ida Oberstein haben wir uns ja kennengelernt. Also da hatten wir ja die erste Begegnung und das war ja, also Ida Oberstein, da zauberst du den ganzen Tag und du zauberst die ganze Nacht. Also du zauberst die ganze Zeit. Sei es jetzt im Workshop auf der, Gala, das ist unglaublich, ja. Genau, du schläfst fünf Stunden und ansonsten zauberst du durchgehend und nach den, wie viele Tage sind das? Fünf oder so? Ja, so ein Mitwege. Ja, vier, fünf Tage, ich weiß nicht. Oder war es nur ein Wochenende? Nee, ich glaube Donnerstag bis Sonntag. Wir waren schon seit paar Jahren nicht mehr da. Wir müssen wieder hingehen, Daniel. Ja. Aber auf jeden Fall, nach diesen vier Tagen, du bist platt, definitiv, aber du bist platt mit einem riesen Lächeln im Gesicht, weil du einfach diesen Spirit der mal Regie einfach gelebt hast in dieser Zeit. Dementsprechend Punkt eins, den wir definitiv mitgeben können. Such dir irgendwie einen Ortszirkel, der dir Spaß macht oder geh in den magischen Zirkel auf die Kongresse, wenn dir so etwas Spaß macht oder geh nach Blackpool oder wo auch immer. Da gibt es so viele verschiedene Zauberkongresse oder vor allem, wenn du unter 28 bist. Geh auf Zauberjugendworkshops und connecte dich mit den Gleichgesinnten dort. Oder nach Quebec, wo jetzt... Ja, ja, aber das weiß ich einmal. Ja, genau. Aber die Weltmeisterschaft definitiv, ja. Ja. Aber wie sieht es dann auch mit Punkt zwei aus, Daniel? Haben wir da nicht auch irgendwie etwas? Ja, Seminaren und Workshops. Also ich weiß noch, die erste Zauberbegegnung hatte ich tatsächlich bei Stoliner Magie mit den Seminaren, wo die Seminarleiter, die Zauberkünstler da auch zusammenkommen und dann mit 20, 30 Leuten ist man da in dem Raum und fachsimpelt und sieht die Vorträge und die Zauberei und da hat man sich auch schon mal connected. Also richtig, richtig schön. Also Seminare und Workshops kann ich euch auch nur ganz ans Herz legen. Und da ist auch wieder das Coole, wie zum Beispiel auch bei Ida Oberstein oder grundsätzlich bei solchen großen Kongressen, da sind Leute auf der einen Seite im Publikum als Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den Spirit leben, die sehr gut sind. Aber auf der Bühne sind auch Leute, die sind mindestens gleich gut oder noch besser und die geben einem halt eben das Wissen von denen mit. Du lernst direkt bei den Profis. Ganz ehrlich, ich kenne keine Kunstform, wo du von mir aus mit 20 Leuten in einem Raum bist und von einer Person auf der Bühne lernen kannst und die Person ist auf der Bühne Fernsehbekannte oder was auch immer. Du kannst als Zauberkünstler so nah vielen, vielen bekannten Persönlichkeiten sein, wenn du auf solche Events gehst. So ist das, oder habe ich schon viele, ja, wirklich krasse Persönlichkeiten einfach im Publikum getroffen, sei es zum Beispiel auf einer, auf einer deutschen Meisterschaft oder keine Ahnung wo. Und das ist einfach was sehr cooles, sich als ein gemeinsames, ja, zu fühlen. Eine gemeinsame, wie soll man es sagen? Community, Gemeinschaft? Gemeinschaft, danke, das Wort hat mir gefehlt. Eine Gemeinschaft, die halt eben den gleichen Spirit, die Zauberkünstler lebt. Und du bist jetzt ja gerade in Schweden, ne? Ja. Ja. Wie bist du da hingekommen? Schweden, mit Flugzeug. Ja. Ne, ich setze mal, du spielst darauf an. Ich bin hier gerade auf Weltreise mit meiner Freundin zusammen. Wir haben vor über einem Jahr unsere Wohnung gekündigt. Und dementsprechend sind wir seitdem immer unterwegs. Und wir haben gemerkt für uns, wir waren jetzt im Winter, wo in Deutschland Winter war, in Südeuropa, also in Portugal, an der Algarve sehr viel und in der Ecke Malaga, also in Spanien. Und wir hatten keinen richtigen Winter gehabt. Und jetzt haben wir einfach gemerkt, ey, nee, wir brauchen was Kühleres und sind dementsprechend nach Schweden. Hier ist es auch noch sehr angenehm mit der Sonne. Aber wir haben gemerkt, wir brauchen was Kühleres. Hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal sagen würde. Aber ist echt so. Ja, manchmal brauchen wir auch einfach eine Abkühlung, ne? Definitiv. Und von hier haben wir jetzt halt eben auch sehr viel zum Thema Markei Podcast gemacht, weil dazu wollte ich auch noch eine Sache sagen. Weil du hattest eine Geschichte von dir erzählt und ich erlaube mir gerade auch noch eine Geschichte von mir. Ja, nur zu, auf jeden Fall. Ja. Weil für mich ist es so, zum Thema Umfeld auch, was wir dir vielleicht als dritten Punkt mitgeben können, sind auch Leute, die du vielleicht nicht direkt siehst, aber von denen du etwas hörst. Sei es zum Beispiel auch eine Online-Lecture oder zum Beispiel auch ein Podcast, wie das unserer sein kann. Oder gefühlt zehn andere sehr, sehr gute Zauberkunst-Podcasts, die so allein in Deutschland da sind. Einfach Leute, die halt eben wirklich ihr Wissen auf dem digitalen Wege nach draußen bringen. Und auf YouTube gibt es ja auch richtig vieles. Und meine Geschichte dazu ist, ich habe die Zauberkunst 2018 zum Hauptberuf gemacht. Und das hätte ich nicht zu dem Zeitpunkt gemacht, hätten wir nicht den magischen Podcast gemacht. Weil der magische Podcast, da haben wir einfach eben wochenlang richtig viele spannende Interviews aufgenommen. Und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe immer diese Vibes, diese Motivation, die Begeisterung, diese Liebe zur Zauberkunst von den ganzen Interviewpartnern von uns mitbekommen. Und das war zu dieser Zeit für mich ein so wichtiges Umfeld. Also deswegen möchte ich das auch noch als Punkt drei noch mit reinnehmen, auch wenn wir die Leute nicht direkt sehen. Obwohl wir damals schon. Aber weil wir einfach von Menschen auch so viel mitnehmen können, wenn wir alleine nur deren Gedanken, deren Sichtweisen mitbekommen. Dementsprechend unbedingt das noch als Punkt drei. Und daraus hast du ja sogar noch ein bisschen mehr gemacht, wovon du mir immer ganz fasziniert berichtest. Erzähl doch mal unseren Zuhörern davon. Ja, tatsächlich schon. Weil ich letztes Jahr auf Weltreise gegangen bin, die Zauberkunst irgendwie nicht mehr reingepasst hat. In der Form, dass ich gebucht werde. Und ich bin jetzt keiner, der irgendwie groß als Straßenzauberkünstler um die Welt reist oder sowas. Das ist nicht meine Art. In Schweden. Genau, in Schweden gerade zum Beispiel. Ich brauche eine Buchung und gehe dann auf die Bühne. Das ist so, so bin ich eingestellt. Und dann habe ich geguckt, das macht mir Spaß. Okay. Auf der einen Seite die Zauberkunst. Auf der anderen Seite aber auch der Business Part. Ich habe schon immer geliebt, auch zu gucken, wie kann ich mit der Zauberkunst wachsen? Wie kann ich noch mehr Leute... So ein bisschen in die Richtung von unserem zweiten Buch, ne? Ja, genau. Das zweite Buch ist aus genau dieser Leidenschaft heraus entstanden, weil wir beide einfach gemerkt haben, du brauchst die Zauberkunst, definitiv. Du brauchst das Umfeld der Zauberkunst, aber du brauchst auch Wissen zum Thema Business und auch ein Umfeld zum Thema Business, wenn du eines Tages das Ziel hast, die Zauberkunst zum Neben- oder Hauptberuf zu machen. Und dementsprechend hatte ich diese zwei Punkte als Leidenschaft und ich hatte Punkt drei, das andere zu inspirieren oder meine Erkenntnisse mitzugeben, die sich dafür interessieren. Und daraus habe ich was Gemeinsames kreiert. Was hast du kreiert? Gebe uns den Namen. Man gebe uns den Namen. Sehr gerne. Das ist wirklich ein Leidenschaftsprojekt von mir. Ich will es nur ganz kurz einmal anreißen. Es ist das Zauber-Business-Mentoring. Habe ich Anfang des Jahres gestartet, ist ein halbjähriges Mentoring-Programm, wo ich in einer ganz kleinen Gruppe mit Leuten zusammen bin, die einfach die Zauberkunst leben. Die haben diesen Spirit dieser Zauberkunst, dieses Umfeld, was ich ja gerade mit dir, Daniel, hier die ganze Zeit erörtere. Die leben das und wir sehen uns alle zwei Wochen online per Zoom und ich kann denen halt eben innerhalb dieses halbes Jahres, das sind zwölf Calls, sehr viel einfach Wissen mitgeben. Also alle Themen, die man braucht, um in der Zauberkunst in meinen Augen erfolgreich zu werden zum Neben- oder Hauptberuf sind da drinnen. Also Money-Mindset, Thema Verkauf, wie man sympathisch beim Publikum ankommt, Thema Business-Mindset, aber auch Steuern und solche Sachen behandeln wir. Und das Coole dabei ist, warum wir es jetzt ja auch vielleicht gerade auch angesprochen haben, warum das hier von dir kam, Daniel, zum Thema Umfeld. Wir haben dort einfach ein halbes Jahr lang ein Umfeld, das uns trägt. Also das ist einfach etwa so ein Spirit, der einfach Spaß macht und dementsprechend, ja. Falls das dir vielleicht für dich interessant sein könnte, wir starten Ende Oktober wieder, also in anderthalb Monaten. Den Link dazu findest du auf jeden Fall in unseren Shownotes. Ansonsten ist es dominik-fonds.com slash sauber-mentoring, genau, auf unserer Webseite ist auch verlinkt, definitiv, genau. Und ansonsten, ja, eine ganz kleine Gruppe, die einfach Bock drauf hat. Ja, cool. Ja, du bist auch bald dabei, obwohl, nee, du bist schon erfolgreich. Sehr, sehr cool. Aber was mir zum Zauberumfeld auch noch einfällt, Instagram. Also wir waren ja früher, waren wir nie auf Instagram. Jetzt sind wir mit dem Relaunch das erste Mal auf Instagram und auf einmal vibriert die ganze Zeit das Handy, weil irgendwie es kommt noch ein Follower, noch jemand, der uns folgt oder irgendwie ein Post von uns liked oder sonst irgendwas. Deswegen, auf Instagram bringen wir auch, ich sag mal, wenn eine neue Folge rauskommt, dann erfahrt ihr das auch dort oder auch neue Blogbeiträge. Deswegen, wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Und genau, da bleibt ihr auch auf dem aktuellen Stand. Und es gibt auch immer ein paar kleine Zusatzdinge, dazu, wozu ich noch nichts Großes sagen will, aber abonnier uns, dann erfährst du auf jeden Fall mehr davon. Ja. Und nächste Woche haben wir ja schon wieder einen spannenden Interviewgast für euch. Und Dominik, wen haben wir dabei? Wen haben wir dabei? Ein mega, mega spannendes Interview, mate. Miles Pitwell. Ein unfassbar sympathischer Typ, der mega inspirierend ist, total künstlerisch aktiv und ja, alles andere. Wenn du ihn noch nicht kennst, erfährst du nächste Woche. Und wenn du ihn schon kennst, erfährst du sehr, sehr, sehr viel von ihm. Ja, nochmal auf eine sehr tiefe Art und Weise. Am Sonntag. Ja, freu dich auf jeden Fall auf die neue Folge, auf Miles Pitwell, auf den Professor. Und genau, ansonsten abonnier uns auf allen Kanälen, jetzt auch wieder auf Spotify, ne? Jetzt auch wieder auf Spotify. Und wir freuen uns auf dich auf nächste Woche. Hab eine schöne Zeit, bis dahin. Mach's gut auf jeden Fall und bis Sonntag. Ja, bis bald. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Vielen Dank.